München – neue Möglichkeiten im Bereich für Videomarketing. Die Firma VideoP aus München hat für Unternehmen ein Produkt entwickelt, welches die Vorteile der Bereiche Firmenvideo und Präsentation, Presse-Nachrichten und Videomarketing vereint. Gerade der Bereich Video hat bereits und wird auch in der Zukunft eine immer größere Bedeutung für Unternehmen haben. Die Zuwachsraten, die Akzeptanz bei Verbrauchern und auch die Notwendigkeit für Unternehmen in diesem Bereich steigt stetig. Internetseiten mit Videos haben eine deutlich längere Verweildauer der Besucher, News mit Videos haben eine mehr als 10 Mal höhere Öffnungs- und Klickrate und die virale Verbreitung in den Bereichen Social Media wie Facebook ist bei Videos sogar 50 Mal höher als bei reinen Textmitteilungen. Dazu kommt, dass selbst Google Internetseiten mit Videos besser bewertet im Ranking als Seiten ohne Videos. Ist ein Firmenvideo teuer? Die klassischen Varianten eines Firmenvideos für Unternehmen sehr kostenintensiv. So verlangen Videoproduzenten für ein ein bis zwei Minuten langes Video in der Regel ab 1500 Euro. Noch teurer ist die Erstellung eines animierten Unternehmensvideo. Hier sind Kosten ab 5000 Euro keine Seltenheit. Und das sind nur die Herstellungskosten. Für die Google-Optimierung sowie die Marketing-Verbreitung des Videos bei Facebook, Twitter, Google Plus und Newsportalen fallen dann noch weitere Kosten an. Was ist das neue Produkt? Die Firma Videop erstellt für Unternehmen ein Nachrichtenvideo aus bereits vorhandenen Pressemitteilungen oder auch Firmeninformationen und Neuheiten. Das Video wird in einem Nachrichtenstudio mit professionellen Nachrichtensprechern produziert und gleichzeitig für Google und Suchmaschinen optimiert. Ebenso wird das Video direkt bei Videoplattformen, Newsportalen wie presse.tv.de und den Social-Media-Kanälen eingestellt und verbreitet. Die Kosten für die Dienstleistungen starten bei nur 69 Euro mit virtuellen Sprechern bzw. nur 299 Euro mit echten Nachrichtensprechern.